Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Moratti bei die exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei die heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merchart vorbei und schaut bei mir vorbei und am Ende des Videos kannst du deine Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit euren Freunden, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und heute, da mal die Zucchini pikieren. Das zeige ich euch. So, jetzt habe ich die Zucchini vereinzelt und jetzt da mal Löcher machen. Große Löcher. Rein damit. Die Wurzeln auch. So. Die Wurzeln auch. Die Wurzeln auch. Schaut doch nicht wunderschön aus. Die Pflanze ist gut gewachsen. Da unten, wo der Samen ist, ist er damals rausgewachsen. So. Jetzt zeige ich euch. Jetzt mache ich die andere Begriffe. Jetzt gehe ich die andere Begriffe. Ein bisschen zurück. Loch. So. 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 jetzt haben wir da mal so jetzt die nächste spiel rein jetzt da mal jetzt haben wir alle entwickiert und jetzt haben wir den kleinen auch noch entwickiert ja tschüss leute abonniert meinen kanal daumen hoch schauts in die video beschreibung schreibt es mir gerne in die kommentare schauts kanalinfo schauts bei i vorbei und am ende des videos kannst du drei videos andrücken und mein logo andrücken und abonnieren teilt das video mit eurer freunde familie bei facebook bei whatsapp auf instagram auf snapchat überall und schauts auf meiner homepage vorbei und schauts bei mein matchup vorbei bis zum nächsten video der gärtner janus maratti ciao ciao so Untertitelung. BR 2018